Hallo zusammen, ich bin Paul von engineeringmindset.com. In diesem Video sehen wir uns den elektrischen Strom an, was für Arten es gibt, welche Symbole zur Darstellung verwendet werden, wie man Strom misst und wie Sicherungen uns und unsere elektrischen Schaltkreise schützen. Strom ist der Fluss von Elektronen in einem Kreislauf. Um Elektrizität nutzen zu können, müssen die Elektronen in die gleiche Richtung durch einen Stromkreis fließen. Normalerweise verwenden wir Kupferkabel, um einen Stromkreis zu bilden, weil Kupfer ein sehr guter elektrischer Leiter ist. Dadurch haben die Atome, aus denen Kupfer besteht, ein losgebundenes Elektron in der äußersten Valenzschale, das sich frei im Metall bewegen kann. Dieses freie Elektron lässt sich sehr leicht bewegen, weshalb Kupfer auch so beliebt ist. Es ist so leicht zu bewegen, dass es sich sogar auf natürliche Weise ganz von selbst zu anderen Kupferatomen bewegt. Das geschieht allerdings zufällig und in allen möglichen Richtungen, was uns nichts nützt. Darum wickeln wir Kupferdrähte in Gummi ein, weil Gummi sehr gut isoliert. Das bedeutet, dass keine freien Elektronen hindurch kommen. Damit wird eine Barriere geschaffen, die die Elektrizität innerhalb der Drähte hält und uns nicht schaden kann. Damit wir Strom für unsere Geräte nutzen können, müssen viele Elektronen in einem Stromkreis in die gleiche Richtung fließen. Dann können wir Dinge wie Lampen in den Weg dieser Elektronen legen, sodass sie durch den Strom fließen müssen, um Licht und Wärme zu erzeugen. Doch dazu müssen wir die Elektronen erst zwingen, sich zu bewegen. Das tun wir, indem wir eine Spannung anlegen. Spannung ist eine schiebende Kraft wie der Druck in einer Wasserleitung. Je mehr Druck wir haben, desto mehr Wasser fließt aus dem Hahn. Und je mehr Spannung wir haben, desto mehr Elektronen fließen. Wir können Druck auch ohne fließendes Wasser messen und somit auch eine Spannung, ohne dass Strom fließt. Allerdings können wir nicht messen, wie viel Wasser fließt, wenn kein Wasser fließt. Und somit können wir auch keinen Strom messen, wenn keine Elektronen in einem Kupferdraht fließen. Zwischen den beiden Enden gibt es keinen Spannungsunterschied, sodass sich die freien Elektronen frei bewegen. Diese freie Bewegung wird nicht als Strom betrachtet, aber wenn wir eine Batterie von, sagen wir, 1,5 Volt nehmen und den Draht über diese beiden Anschlüsse verbinden, gibt es jetzt eine Differenz von 1,5 Volt über den Draht. Und diese Differenz zwingt die Elektronen dazu, in die gleiche Richtung zu fließen. Die Grundlage zum Thema Spannung haben wir bereits in unserem vorherigen Video ausführlich behandelt. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir brauchen also viele Elektronen in einem Stromkreis, die durch unsere Lampen fließen, damit sie hell leuchten können. Aber die Kabel und die Lampe können nur eine bestimmte Menge an Elektronen durchlassen. Genau wie ein Rohr, das nur eine bestimmte Menge an Wasser oder einen bestimmten Druckstand hält. Wäre die Menge größer, würde die Leitung einfach platzen. Und wenn zu viele Elektronen durch das Kabel oder die Lampe fließen, platzen sie auch oder brennen durch. Ein Elektronenfluss wird Strom genannt und den messen wir in der Einheit Ampere. Darum wird das auch mit einem großen A angegeben. Diese Sicherung hat zum Beispiel eine 3 und ein großes A. Das bedeutet, dass sie für 3 Ampere Stromstärke ausgelegt ist. Wir werden uns gleich in diesem Video noch ansehen, wie Sicherungen funktionieren. Etwas, das einem beim Thema Elektrizität immer etwas verwirrt, ist der Unterschied zwischen konventionellem Strom und dem Elektronenfluss. Beides erklärt in der Theorie, wie Elektrizität funktioniert. Als Benjamin Franklin zum ersten Mal mit Elektrizität experimentierte, hatte er die Idee, dass etwas im Inneren der Materialien fließen muss. Und ihm wurde ein Glasrohr gegeben. Und als das mit einem Tuch gerieben wurde, schien es diese seltsame, unsichtbare Flüssigkeit anzusammeln. Denn wenn jemand anderes das Rohr berührte, erhielt er einen kleinen Schlag. Heute kennen wir das als statische Aufladung. Aber zu der Zeit nahm Benjamin Franklin an, dass das Rohr zu viel von dieser unsichtbaren Flüssigkeit ansammelt. Also war das für ihn positiv und die Person, die das Rohr berührt und weniger von dieser Flüssigkeit haben musste, war demnach negativ. Also sagte er, okay, ich denke, ich schätze, dieses Ende ist positiv und dieses Ende ist negativ. Und die Elektrizität fließt von positiv nach negativ. Und das machte Sinn, weil Wasser eine Flüssigkeit ist und von einer hohen Menge zu einer niedrigen Menge fließt. Bald darauf begannen Hersteller, Batterien auf seiner Grundlage zu produzieren. Und darum sagten auch sie, das eine Ende sei positiv und das andere negativ. Und das verwenden wir bis heute noch so. Das wurde als konventioneller Strom bekannt, weil es die konventionelle Theorie ist, wie Elektrizität fließt. Doch als sich die Wissenschaft weiterentwickelte und die Experimente präziser wurden, entdeckte einer namens Joseph Thompson, dass dieses unsichtbare Ding, das sich im Inneren des Drahtes bewegt, ein Teilchen war. Und dieses Teilchen nannte er Elektronen. Er entdeckte auch, dass diese Elektronen tatsächlich in die entgegengesetzte Richtung, also von negativ zu positiv fließen. Benjamin Franklin hatte nicht erkannt, dass das Seidetuch die Elektronen aus dem Glas entfernte, sodass sie eigentlich von der Person zum Glasrohr fließen. Joseph Thompsons Theorie wurde dann als Elektronenfluss bekannt, weil es der Fluss der Elektronen ist, wie er tatsächlich auftritt. Die Elektronen fließen in einem Stromkreis vom negativen zum positiven Anschluss und nicht von positiv nach negativ. Es spielt jedoch keine Rolle, was sich im Inneren des Drahtes oder in welche Richtung es sich bewegt, da unsere elektronischen Formeln das nicht berücksichtigen. Darum kommt man trotzdem immer auf das gleiche Ergebnis. Außerdem ist es jetzt auch ein wenig spät, die Namen der Anschlüsse auf allen Batterien auf der ganzen Welt zu ändern. Also haben alle das einfach irgendwie ignoriert und wir lernen und verwenden weiterhin den konventionellen Strom. In manchen Branchen findet man eventuell auch beides. Darum sollte man sich immer daran erinnern, dass wir, wann immer wir über Elektrizität sprechen, einen Stromkreis erstellen oder uns sogar eine Zeichnung von einem elektrischen Schaltkreis ansehen, immer davon ausgehen müssen, dass konventioneller Strom fließt. Dennoch wissen die Ingenieure und Wissenschaftler, dass die Elektronen eigentlich in die andere Richtung fließen. Wenn man sich die Stecker von elektrischen Geräten anschaut, sollte man diese Kennzeichnungen von den Herstellern finden, die anzeigen, wofür das Produkt ausgelegt ist. Dieses Laptop-Ladegerät zeigt zum Beispiel an, dass es einen Eingang von 100 bis 240 Volt und 1,5 Ampere Wechselstrom benötigt. Das wird durch dieses Symbol hier dargestellt. Das Ladegerät wandelt das dann in einen Ausgang von etwa 19,5 Volt und 3,33 Ampere Gleichstrom um. Das wird durch dieses Symbol hier dargestellt. Gleich- und Wechselstrom sind zwei unterschiedliche Arten von Elektrizität. Die Steckdosen zu Hause liefern Wechselstrom. Bei dieser Art fließen die Elektronen nicht in einer Endlosschleife, sondern bewegen sich abwechselnd vorwärts und rückwärts. Genau wie bei Ebbe und Flut. Elektrische Geräte wie Laptops und Handys verwenden dagegen Gleichstrom. Bei diesem Typ fließen die Elektronen nur in eine Richtung, direkt von einem Anschluss zum anderen. Das kann man sich wie Wasser in einem Fluss vorstellen. In den meisten Fällen wird Strom von einem Kraftwerk mit Wechselstrom zu den Städten geleitet, weil es einfacher ist, die Spannung mithilfe von Transformatoren zu erhöhen und zu verringern. Außerdem ist es sehr effizient, Strom mit dieser Methode über große Entfernungen zu transportieren. Es gibt auch Hochspannungsleitern mit Gleichstrom, auf die wir aber nicht weiter eingehen werden. Für die Leiterplatten kleiner elektronischer Geräte wie Laptops, Handys und Fernseher verwenden wir meist Gleichstrom. Das liegt daran, dass Gleichstrom einfacher zu steuern ist und die Schaltkreise kleiner und kompakter sind. Viele Geräte verwenden auch eine Kombination aus Wechsel- und Gleichstrom. Eine Waschmaschine verwendet zum Beispiel Wechselstrom für den Induktionsmotor zum Schleudern der Wäsche in der Trommel und Gleichstrom für die Platine, die die Einstellungen, Lichter, Zeitschaltuhr sowie die Geschwindigkeit des Motors steuert. Wir können Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln, indem wir einen sogenannten Gleichrichter verwenden. Dieses Gerät ist in der Elektronik weit verbreitet. Wir können auch Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln, indem wir einen Wechselrichter verwenden, der zum Beispiel bei Solarstromsystemen zum Einsatz kommt. Mit Wechselrichtern haben wir uns bereits sehr ausführlich beschäftigt. Die Links dazu findet ihr in der Infobox. Ein Fluss oder eine Flut wird auch oft als starke Strömung bezeichnet. Das ist bei der Elektrizität sehr ähnlich. Einen Fluss mit viel schnell fließendem Wasser bezeichnet man oft als starke Strömung. Dasselbe gilt für Elektrizität. Ein Kabel, durch das viele Elektronen fließen, hat auch viel Strom. Ein Fluss kann eine gewisse Menge an Wasser handhaben, aber wenn mehr Wasser vorhanden ist, als er bewältigen kann, tritt das Wasser über die Ufer. Das gleiche gilt für Strom. Das Kabel wird platzen und durchbrennen. Daher müssen die Hersteller jegliche Kabel und Lampen testen, um herauszufinden, wie viel Strom sie vertragen können. Außerdem wollen wir messen können, wie viel Strom durch unsere Schaltkreise fließt. Das können wir nicht nur berechnen, sondern auch mit einem Ampermeter messen. Strom wird in der Einheit Ampere gemessen. Aber was ist ein Ampere? Ein Ampere entspricht einem Coulomb pro Sekunde und ein Coulomb entspricht ungefähr 6 Quintillionen und 242 Quadrillionen Elektronen pro Sekunde. Und was genau soll das heißen? Man kann zum Beispiel diese 1,5 Watt Lampe mit einer 1,5 Volt Batterie betreiben. Das erfordert einen Strom von einem Ampere. Dazu braucht der Schaltkreis wiederum einen Coulomb pro Sekunde, sodass ungefähr 6 Quintillionen und 242 Quadrillionen Elektronen pro Sekunde von der Batterie durch die Lampe fließen müssen, damit die Lampe anbleibt. Aber wie ihr bereits merkt, ist es nicht gerade vorteilhaft, die ganze Zeit zu sagen, wie viel Elektronen pro Sekunde fließen. Also sagen die Ingenieure einfach Ampere, um Zeit zu sparen. Die Helligkeit der Lampe variiert dann mit der Spannung. Wenn wir die Spannung verringern, werden die Elektronen mit weniger Druck angetrieben, sodass weniger Elektronen fließen. Wenn wir die Spannung erhöhen, fließen mehr Elektronen und die Lampe leuchtet heller. Aber vergesst nicht, dass eine Lampe bei einer bestimmten Spannung und Stromstärke durchbrennt. Um den Strom in einem Stromkreis zu messen, müssen wir ein Ampere-Meter in Reihe schalten, so dass der Strom dadurch fließt. Das kann man sich wie einen Wasserzähler vorstellen. Das Wasser in einer Leitung muss immer durch den Wasserzähler, damit wir wissen, wie viel Wasser fließt. Ebenso müssen die Elektronen durch unser Strommessgerät fließen. Wir verwenden stattdessen allerdings ein Multimeter, da wir mit diesem Gerät viel mehr machen können. In der Infobox findet ihr ein paar gute Links für gute Multimeter, wenn ihr einen braucht. So einen kann ich echt nur empfehlen, weil er definitiv in den Werkzeugkasten eines jeden Elektroingenieurs gehört. Wenn wir diese 1,5 Volt Batterie und diese Lampe mit einem Widerstand von einem Ohm verbinden, erhalten wir einen Stromwert von 1,5 Ampere. Das bedeutet, dass jede Sekunde 9 Quintillionen und 636 Quadrillionen Elektronen durch die Leitung fließen. Da die Komponenten hier in Reihe geschaltet sind, ist der Strom überall in der Schaltung gleich, so dass wir den Strom überall messen können und immer den gleichen Wert erhalten. Wenn wir dann eine weitere Lampe zum Stromkreis hinzufügen, die auch in Reihe geschaltet ist und die Lampe ebenfalls einen Widerstand von einem Ohm hat, fügen wir dem Stromkreis einen weiteren Widerstand hinzu. Daher ist es jetzt schwieriger, für die Elektronen durch den Schaltkreis zu fließen. Darum sehen wir jetzt eine Reduzierung des Stroms. In diesem Fall erhalten wir einen Wert von 0,75 Ampere, was bedeutet, dass 4 Quintillionen und 818 Quadrillionen Elektronen fließen. Dieser Stromkreis ist in Reihe geschaltet, so dass wir auch hier mit dem Multimeter überall den gleichen Messwert erhalten. Wenn wir nun die Schaltung mit zwei Lampen parallel und beide mit einem Widerstand von 1 Ohm an die Batterie von 1,5 Volt anschließen, erhalten wir in der Hauptleitung von und zur Batterie 3 Ampere. Aber auf dem Zweig jeder Lampe erhalten wir 1,5 Ampere, weil sich der Weg des Elektrons aufteilt. Sie werden also zwischen den beiden Lampen geteilt. Und dann führt der Pfad wieder zusammen. So erhalten wir dann wieder den kombinierten Strom von 3 Ampere. Und weil beide Lampen den gleichen Widerstand haben, haben sie auch den gleichen Strom. Wenn aber zum Beispiel A einen Widerstand von einem Ohm hat und B einen Widerstand von 3 Ohm, dann erhalten wir in der Hauptleitung eine Stromstärke von 2 Ampere. Im Zweig für Lampe A erhalten wir dann 1,5 Ampere und im Zweig für Lampe B 0,5 Ampere. Beachte jedoch, dass Lampe B schwächer leuchtet. Das liegt daran, dass der Widerstand höher ist, was den Elektronen den Durchfluss erschwert. In beiden Fällen addieren sich die Ampere und die Zweige und sind gleich dem Gesamtstrom, der in der Hauptleitung von und zur Batterie fließt. Daher können wir Widerstände zu unseren Schaltungen hinzufügen, um zu begrenzen, wie viel Strom fließen kann. Widerstände erschweren den Elektronen den Fluss durch einen Stromkreis. Wir fügen Widerstände zu Schaltkreisen hinzu, weil sie den Strom reduzieren. Das ist wie ein Knick in einem Rohr. Dadurch erfährt der Wasserfluss einen zusätzlichen Widerstand, wodurch die Wassermenge, die durchfließen kann, verringert wird. Und da das Wasser gegen die Rohrwand stößt, verliert es an Energie. Somit haben wir also einen Druckabfall. Das gleiche gilt beim Widerstand. Das Material erschwert den Elektronen den Durchfluss. Die Elektronen prallen daran ab und verlieren an Energie, so dass ein Spannungsfeld entsteht. Diese verschwendete Energie muss irgendwo allerdings hingehen und das macht sie in Form von Wärme. Wenn wir uns einen Widerstand durch eine Wärmebildkamera ansehen, können wir sehen, dass Wärme austritt. Diese LED ist zum Beispiel für maximal 22mA oder 0,022A ausgelegt. Die wollen wir an eine Stromversorgung mit 9V anschließen. Wenn wir einen Widerstand mit 10 Ohm verwenden, würde der Strom 0,09A betragen, was zu viel ist. Dadurch würde die LED durchbrennen. Wenn wir allerdings einen Widerstand mit 450 Ohm verwenden, liegt der Strom bei 0,02A, was unter dem Grenzwert liegt. Das sollte also gehen. Bei einem Widerstand mit 900 Ohm beträgt der Strom 0,01A, was viel zu niedrig ist, so dass die LED nicht hell leuchten kann. Wenn man den Strom zuhause messen will, kann man auch diese billigen Energiemessgeräte kaufen, die man an die Geräte anschließen kann, um die Spannung, den Strom, den Energieverbrauch sowie die Betriebskosten abzulesen. Die sind richtig gut, so dass man unbedingt eins im Werkzeugkasten haben sollte. Ihr findet einen Link in der Infobox, wo ihr einen herbekommen könnt. Grundsätzlich haben Sicherungen ein dünnes Stück Draht im Inneren, das für eine bestimmte Stromstärke ausgelegt ist. Die hier ist für 3 Ampere oder 19 Quintillionen und 272 Quadrillionen Elektronen pro Sekunde ausgelegt. Wenn zu viel Strom im Stromkreis fließt, brennt die Sicherung durch und öffnet oder unterbricht den Stromkreis, um die teuren elektrischen Komponenten zu schützen. Die Sicherung fungiert mit mehr Schwachstelle und ist sehr günstig zu ersetzen. Die findet man auf Platinen montiert. Und in England haben auch Steckdosen für zusätzliche Sicherheit oft eine Sicherung eingebaut. Leistungsschutzschalter, oder auch Sicherung genannt, finden wir im Verteilerkasten im Haus und am Arbeitsplatz. Diese Schalter öffnen sich automatisch, um den Stromkreis zu unterbrechen, wenn bei einer Überlast oder einem Kurzschluss zu viele Elektronen durch den Schalter fließen. Wenn wir mit der Überlastfunktion langsam mehr Last in den Stromkreis einspeisen, überschreiten wir irgendwann die Nennleistung und er wird ausgelöst, um den Strom zu untersprechen und den Stromkreis zu schützen. Das nennt man einen Überlastungsschutz. Die meisten modernen Sicherungen haben auch einen Kurzschlussschutz. Wenn aus irgendeinem Grund die positiven und negativen Drähte in direkten Kontakt kommen, kommt es zu einem großen und sofortigen Stromstoß, weil es keine Widerstände gibt. Die Sicherung erkennt diesen sofortigen Stromstoß jedoch und schaltet den Strom direkt ab, um den Stromkreis zu unterbrechen. In Nordamerika gibt es auch ein weiteres Gerät, das GFCI oder Ground Fault Circuit Interrupter genannt wird. In Europa bezeichnet man das als RCD oder Fehlerstromschutzschalter. Die überwachen und vergleichen im Grunde genommen den Strom in der Zu- und Rückleitung in einem Stromkreis. Wenn der zurückkommende Strom nicht gleich dem zugeführten Strom ist, hat der Strom einen anderen Weg gefunden und verlässt den Stromkreis. Da er zum Beispiel durch eine Person fließen könnte, unterbricht das Gerät den Strom. Das geht extrem schnell und mit einer sehr kleinen Toleranz, um uns vor Stromschlägen zu schützen und uns abzusichern. Okay, das war's für dieses Video. Aber wenn du noch mehr über Elektrizität und Elektrotechnik lernen willst, kannst du jetzt eines der Videos auf dem Bildschirm anschauen. Wir sehen uns dann dort für die nächste Lektion. Und vergesst nicht, uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und EngineeringMindset.com zu folgen.